Grüßt ihr, hört's? Schießt ruhig schon. Im alten Viertel und der Schleißerl. Macht Spaß wie immer. Was die besten Weißerste gibt? Die gibt's beim Reichenmeier. Faschis. Jetzt nicht. Man muss auch vorne. Jetsfree shoppen, eine wunderbare Sache im alten Wirt. Am schönsten Platz, es ist wunderbar. Wir sehen alles in der Seine Lüfte. Wir haben tollen Weißwisch gegessen. Schön, dass ihr alle gekommen seid. Guten Morgen. Grüß Gisela. Wir haben das mal nicht gesehen. Nein. Wer braucht denn da einen Sonnenschirm, wenn er von der Grimma Mama einen Hut hat? Der Stadtfest hätte es schöner sein können, wie es gewesen ist. Ein herrliches Wetter. Freitag, Samstag. Halbunster Schleißerl war auf der Straße unterwegs und hat schön gefeiert. Heute am Sonntag nochmal ein krönender Abschluss. Zum einen natürlich hier beim alten Wirt mit dem wunderbaren Jazz-Frühstück hier. Ich komme nach Toulouse. Ich komme nach Toulouse. Ich komme nach Toulouse.